Zehn Jahre Konzeptwerk, das sind für uns zehn gute Gründe zum Feiern, zum Innehalten und auf unsere Arbeit zu schauen. Wir entwickeln Utopien für eine gute Zukunft für alle. Denn diese können beim politischen Handeln Orientierung geben. Dabei ist wichtig, es gibt keinen Masterplan, der eine gerechte und ökologische Gesellschaft aussehen kann. Ausgehend von existierenden Alternativen machen wir uns daher gemeinsam mit PartnerInnen auf den Weg. Ein wichtiger Meilenstein im Sommer 2020 war dabei das Buch und der hybride Kongress Zukunft für alle, eine Vision für 2048. Hilfe uns weiterzumachen. Spende jetzt fürs Konzeptwerk oder noch besser, werde FörderIn und unterstütze uns regelmäßig. Danke! Danke!